Ja? Mr. Wexler schickt mich, sie abzuholen. Donnerwetter. Ein Hoch auf Mr. Wexler. Ich bin seine Sekretärin. Jetzt, wo Sie brüten, sind Sie verdammt bösartig. Wenn Sie sich bedroht fühlen, können Sie einen glatt zu Tode trampeln. Ich bin seine Sekretärin. Darf ich erfahren, was Sie hier suchen? Das hier, Mr. Wexler. Das erste Foto wurde bei Bens Leiche gefunden. Das zweite habe ich gerade zwischen Ihren Akten entdeckt. Sie haben die Polizei belogen. Ich möchte aber jetzt die Wahrheit hören. Ich möchte dich heiraten. Ich will aber noch nicht heiraten, Paul. Jedenfalls jetzt noch nicht. Toll, nicht? Sie fühlen keinen Schmerz. Sie haben den Stimme und die Polizei belogen. Sie sind nicht überall. Sie sind nicht überall. Sie wissen, dass Sie Appsid down sind. Sie sind nicht verletzt, Paul. Untertitelung des ZDF, 2020